Eine Kamera, Stativ, zuck, zuck. Oh, heule, heule. Ja komm, wir machen das Video einfach aus der Perspektive so. Hi und herzlich willkommen zu diesem Video, ne? Nein, geht nicht. Stativ ist kaputt. Oh Mann. Sollen wir heulen gehen? Was? Gehen wir heulen? Nein. Doch, komm. Nein. Da, bitte. Komm, ich. Danke schön. Wer würde eher reiten gehen mit Pferden so? Du. Ja. Wer würde eher Autofahren? Ja, mein Ritter. Ich, oder? Ja. Autofahren? Sonne. Zusammen, oder? Ja. Okay. Wer würde eher Eiss essen gehen? Tino. Aha. Wer würde eher... Ich, ich, ich habe Ball. Einen Ball haben? Ich. Einen Ball? Ich habe auch Bälle. Ja. Ich habe auch einen Basketball oder einen Fußball. Oh. Wow. Ich habe Hähn. Du kannst Basketball spielen gehen. Ah, du wirst gleich geholt. Ja. Ja. Dann heute nicht mehr, ne? Ja, ich habe morgen. Morgen. Ja. Ja, okay, aber morgen. Alle. Wie? Wie spielen? Ja. Du? Ja. Ich spiele nie wie. Ey. Wer stinkt eher? Du oder ich? Ich? Ja. Gut. Kann sein. Wer ist schöner? Ich. Ach. Oh. Komm weiter. Du bist doch auch schön. Komm weiter. Wer ist süßer? Du. Wer hat die schöneren Augen? Du? Ja. Find ich auch. Meine Augen sind ein bisschen dunkel. Hä? Meine Augen sind ein bisschen dunkel. Und deine sind so schön. Nein. Oh, da. Alle. Film. Wer würde eher einen Film schauen? Ja. Welchen Film? Bibi und Tina? Ja. Nein. Oh, 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 oh. Bibi und Tina 4. Bibi und Tina 4? Ja. Achso, ja, du. Wer würde eher sein Zimmer aufräumen? Du oder ich? Sammel. Zusammen? Ja, und Keller. Hau rein. Keller. Nice job, Bro. Keller. Hau nochmal rein. Keller. Nochmal. Nein, eine. Okay. Obenaufräumen und Keller. Obenaufräumen und Keller? Ja. Sollen wir jetzt machen? Ja. Bist du so motiviert oder was? Ja. Okay. Wer würde eher? Socken kaufen. Socken kaufen? Ja. Wer? Du? Ja. Ja, okay. Rote Hose. Rote Hose. Ja, Sonne. Sonne. Kurze Hose, Mann. Ja. Achso, wer würde eher eine kurze Hose tragen? Du? Weiße und braune. Weiße und braune? Ja. Ich trage gar keine Hosen, oder? Ich laufe nackig rum. Nein, nackig. Nein. Wie dann? Hände. Mit so? Kleidung? Ja. Wer würde eher Longboard fahren gehen? Ach. Wir beide, oder? Ja. Auch Albon. Hau doch mal rein, Bro. Eine. Ja, okay. Sorry. Ui. Oh, guck mal, was der für ein Tino für ein Auto hat. Ein Ford Mustang hat der Tino da. Oh, Tino-Träume werden wahr, hä? Oh, nice. 400.000 Dollar. 400.000 Dollar, oder? Ja. Alles klar, ja. Ey, Tino, sag mal. Ich behelte mal kurz das Video, oder? Ja. Dann sag mal Tschüss. Dann musst du Kamera-Tschüss sagen. Tschüss, Leute. Vielen Dank. Wie? Rote. Das Video vorfragen. Tschüss, Leute. Warum denn ich? Hey. Hm. Komm her. Sind wir süß, Tino? Ja. 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 Also Tschüss, Leute. Zum nächsten Video. Checkt Instagram und Snapchat, ne? Wie ein toller, Leute. Instagram und Snapchat abonnieren auch, oder? Ja. Tschau. Ah, okay. Dann abonniert halt. Abonniert und was? Wieso? So, okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Heilige Freunde. Ciao. Ciao. Bye. AG念 years Liszt. Aus. 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 Nou. Aus. 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 Bis zum nächsten Mal.